Ufff Einen Gammelgutag wünsche ich euch heute mit einem Special Gäst namens Marvin ich bin auch mal wieder dabei Jawohl, wir sind hier wieder bei Outlast und guckt wie man die Geiz mich drehen kann Was ist das? Alter, dann kommen wir ja von diesem elenden Keller Ja Oder auch für die Pembu Ja Malik, sag mal was ein bisschen was zum Spiel so Was möchtest du zum Spiel sagen? Ich kenne das selber nicht, ich bin nur ganz kurz Ja, also Marvin, du kennst das Spiel nicht, gell? Nicht wirklich Ja, das ist halt ein bisschen Problem, weil irgendwie kriege ich das ja nicht mit Weil irgendwie hört, der Malik das nur und ich höre es halt nicht Das war nix gar nicht erfahren, Mensch Warum? Hab ich doch vorher gesagt, du sollst einfach ein bisschen nennen Boah, das ist ein Spack, ey Ah ja Naja, ok Na, wer ist denn das? Schon krass Ja, also Marvin, ich bin in der Psychiatrie Warum ich heimgegangen bin, weiß ich nicht Aber auf jeden Fall, ähm, will ich wieder raus Und es gibt viele Gestalten Böse Böses wollen Interessant, und Equipment so? Baugeschneit Also keine Waffen oder sowas? Nö, ich hab nicht doch, ich hab ne Kamara Dieser riesige Cake Dreckst Verfolgt mich Ich habe eine Patientenakte überein Das Walker Ein Ex Militärpolizisten Der mehrmals in Afghanistan war Ein Großteil des Blutes an diesem Mord ist durch ihn gefressen Alles Alles klar, was muss ich jetzt machen? Dokumente Scheiße, die ist das geworden Ich will die ganze Zeit irgendwo Irgendjemanden laufen Vielleicht nicht ich selber Wenn ich stehen bleibt, ne? Kann das sein? Ja, guck mal, das ist doch mein kleiner Homie Hä? Jetzt keine Augen Die wurden ihm geklaut Ja, ich hab jetzt wirklich keinen Plan, was ich machen soll Ja, egal Lauf mal irgendwo Witzern wir geben, oder? Da ist so Ich weiß es nicht Mach mal auf, mal nach links Ne, ne, ne Da in den Raum nochmal rein, wo du eben warst Ja, hier Probier mal da irgendwie rechts zu gehen Rechts entlang Noch weiter rechts Da rein, oder was? Ja Ich weiß nicht, ich glaub da war ich sogar schon drin Ja, weil da kommst du auf jeden Fall dann die andere Richtung, so wie es ausgesehen hat Keine Ahnung Funktioniert doch Hallo William hier Ja Eine Batterie, die ist sehr wichtig, Marvin Und ein Taschenrechner Brauchst du dich für den Korridor, oder was? Ja Äh, ja Der ist ein Tatt Ja, den brauch ich für dieses Nachtsichtgerät Dunkelsecher Ja Oh, okay Oh, jetzt guck mal wie Flur das ist Geh nochmal zurück Ja, da über der Tür, eben wo du rausgegangen bist Ah Krass Ey, die tickt ja sogar Ja, die spielen erst drauf, aber da tickt die Uhr Hallo Ey, das müssen wir aber machen, einfach mal so stehen bleiben und dann gucken, ob sich die Uhrzeit wirklich verändert hat Okay, wir bleiben einfach mal so verstanden da drin Ne, ne, bleib mal wirklich vor der Uhr stehen, ob sich dann wirklich das ändert oder ob einfach nur der Zeiger nach rum geht Are you fucking kidding me? Was, das will ich jetzt wissen Und fünf Vier Drei Zwei Eins Fail Ja, okay, anscheinend tut's nur der Sekundenzeiger drehen Ja, immerhin Egal, guck mal weiter Sieht schlecht aus Hm Kannst du da in den Computerraum, da eben, wo es war Moment, ja Ich geh einfach mal hin Ich geh einfach mal hin War dieser Spacken? Also ich wär für rechts da Ja, der Spacken war da in der Richtung Warte, geh mal rein Abgeschlossen? Ja egal, geh mal weiter entlang Da noch ne Tür hau abgeschöne, versperrt voll in der Kack hallo ja noch einmal in die andere Richtung genau Toiletten, mach mal auf die mittlere oh da ist der Kopf das ist doch ne Hand, oder? DAS achso, ja jetzt ist er das sah irgendwie voll komisch aus mach mal die Mitte da auf weil da ist ja viel mehr Blut Weid nass der hat sich den Arsch weg geschissen Warn Junge war hier überall schon drin Findet mal diese Batterien da eigentlich oft Geh mal in den Computerraum da Ja, geh mal rein Was? Mach mal Es leckt Alter, was... AUF Alter Kann sich nicht wehren, oder so? Nein! Alter, was hat der gespritzt Drogen, oder was? Ich bin schwach Alter, sehen die Häschen aus Übelst Wollen glatte Wollen glatte Was ist das FBI? Was ist das für ein Spacken, ey? Ich drehe der kleinen die Ex ohne Scheiß Ja, bist du jetzt bewusstes geworden, oder was? Ich weiß nur Ich weiß nur Du hast deine ganzen Idee zwischen sich da erzählt Krass Ich kann die Kei jetzt schon nicht leid Der hat mir schon Spritze gegeben, Alter Ich steh jetzt unter Drogen Na ja, kann ja auch positiv sein Vielleicht fühlst du deinen Typ jetzt gut Und ist selbstbewusst und so Ach so, auf einmal ist alles großer, ne? Und dann fliegen ins Elefanten Ach so viel Ne, der hat dich eilt, der Schmerzen Obwohl, der chillet Bist du jetzt in nem Zelt, oder was? Ich kann nicht wieder zu viel trinken Tja Boah, ist mir schlecht Kamera ist dabei Heps Was steht denn da? Rest Rest Peace Hab ich noch nicht Mit dem Camp Kräuter kann man auch was aufnehmen, oder? Rest in Peace Bennie Peter Was steht denn da? Follow me Jawohl, favorisieren, abonnieren Boll Alter Ey, jagt den Alter, wie schnell ist denn der? Ey, der rennt, guck mal Was geht bei dem ab, Alter? Der schreit fast halt nur rum, Alter Ey, wo bist du jetzt im Knast, oder was? Der hat schon den Kopf an, oder was? Was macht der? Oh, Mann, hab ich Kopfschmerzen Das sagt er bestimmt Aua, mein Kopf könnte ich auch mal wieder anderen, ne? Was ist denn dumm, oder was? Was liegt denn da? Alter, das Spiel ist echt bescheuert, irgendwie Voll geil, das Spiel Alter Was geht? Alter, das kann man jetzt sein Hirn sehen Na, tschiiiis Ja, kannst du mit dem Camp Kräuter jetzt eigentlich aufnehmen, irgendwas? Ja, ein bisschen Was passiert dann? Boah, Alter Alter Geh mal zu ihm hin, vielleicht braucht er Hilfe Okay, vielleicht auch nicht Wie viel Mund, Alter? Was hat der für ein anderes Auge? Guck dir's mal an Geil, Alter Und der Kopf so Wer ist das? Ich bin da Ich bin da Mein Vater Mann, ich bin da Vielleicht Ich bin da Ich bin da Geh mal zu dem, wo ich den Kopf die ganze Zeit anrennt Okay Man, ja läuft der Weißzeit, oder? Was mein verdammtes Leben hab ich nur, und? Und? Barmjöge 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 Ey, da steht Bio! Wart mal Alle Block Ah ja, eben hat man nur so Bio gesehen Was für ein Leben Was für ein interessanter Mensch Die wird gezogen Blöder Aber Hast du nur gebro Questions Was geht bei diesem Plan Maaß er lebt er sieht Ica wirklich interessant aus Ne Die haben schon ein krass Leben hier, ne k ob von rennen und dann läuft alle Leute soll man seinen Mund zu machen aber alle haben plötzlich irgendwie Alter, ist auch nur Tür auf. WTF, Alter? Was willst du, Junge? Alter, bei dem kommst du hier hin da oben raus. Ist nix. Glaube ich auch nicht. Guck mal nicht, ja genau. Auch nix. Geh mal nochmal da oben lang. Ich glaub nämlich da konntest du rechts vielleicht noch, da bei den Gittern. Was machen die da? Nein! Nein! Was für fette Dinger! Die sind nicht schwul oder was? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, guck mal was für mich aus. Sie kriegt jede Chicks der Welt, Alter. Ey, aber die haben diesmal Hager. Die sind halt Topmodels. Ah, ne, doch nicht. Ja, doch nicht, ja. Die sind nur wegen dem Schatten. Die haben Jahre, Junge. Wegen dem Schatten sieht das komisch aus. Guck mich aus, Junge. So, Moment, ich glaub, aus der Zelle kam ich, gell? Ne, weiter hinten. Ich glaub ich hieß der gestörte. Ich glaub ich, der hier. Ne, der war der gestörte. Das geht. Ne, geh mal noch weiter ganz nach hinten irgendwie. Aha. Geht ihr auch? Ich weiß, was du meinst. Ja. Naja. Ich geh nur kurz an die Türen durchgucken. Schon ganz schön viele ohne zu räumen, ne? Schon. Ja. Ja, geil. Wo sollen wir lang? Alles zu. Kannst du da irgendwie lang klettern, oder so? Lang mit deinen Augen. Jo, jo. Ja. Vielleicht musst du ja unten irgendwo rein, und dann kommst du da oben irgendwo hin. So, einfach mal nochmal links an der Seite alles aufprobieren. Hey, der ist auch, da ist auch ne Tür, oder? Hier ist mal dieser unnütze Raum hier. Ach so, ja. Ja, dann mach mal die anderen. Die Türen nochmal probieren. Ne, geht hier doch. Ne, auf der linken Seite. Ne, ne, andere Seite. Andere Seite, ja, Moment. Ne, rechte Seite müssen wir an die Türen, wir müssen ja an die Linke, so wie's aussieht. Ja, alright, weil vielleicht ist ja auch bei den anderen Türen auch irgendwas. Was macht der, der Stuhl kaputt? Ich bin ganz. Verfeuchte, wenn er seinen Kopf da irgendwo anschlägt, ne? Was passiert eigentlich, wenn ich hier stehe dabei? Dann haut er seinen Kopf gegen dich. Der ist so geil, Junge. Alter, der packt sich durch dich durch. Was? Alter, das gibt's doch nicht. Ah, das geht. Ja, nix. Hey, hey, das ist alles. Warum hast du noch zu viel Geräusche? Alla, durch sowas dünn ist der Passi durch, oder was? Stopp man, leider. Der hat keinen Bock, sich festzuheben. Der hat keinen Bock, sich festzuheben. Ach, rennen, nein, nein. Springen, der hat was. Aber es ist echt zwar ein Ding gab's nicht, oder? Oh. Wie hast du das jetzt gemacht? Ah, Geräusche! Ah, was bist du für ein Kolum, Alter? Aber fehlt ihm der Armut, oder was? Was ist denn mit dir passiert? Du wurdest nicht in das. Gott, verdammt. Krammelt? Leg dich nicht mit dem Arm, Alter. Ich bin jetzt krammt, du kleiner... ...penisloser Basterl, Alter. Ich schrapple keine Leuten, denen die Kopf fehlen, ja? Ich schrapple höchstens deine Mom. Wart mal, der ganze hinten weg ist noch einer. Ja, der kommt auch mehr. Du bist der Liebste dran, das weißt du schon, oder? Der hat schon Angst. Und der ist oben rechts, Batterieanzeige, oder was? Oh, ich muss wohl langsam wieder wechseln. Das weg ist oben. Was? Tja? Hör... das weg. Ich, ähm... ...hör... 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 aber die menschen sind ja schon nichts wert ne als sind wir da man geht ja noch mal hin ja Ah, ja, jetzt wenn wir auf die andere Seite gehen, dann kommen wir zu den zwei Typen normalerweise, aber die sind irgendwie nicht da. Vielleicht kommst du da direkt hin. Ah, nee, da hast du dieser Typ wohl gerammelt. Ah, ja. Kannst du da eigentlich nicht drüber springen, aber das Ding dann ist da. Egal, mach einfach den Weg. Amen, du sollst dich auch noch vergewaltigen. Wolltest du es machen, einfach gerade auslaufen oder was? Ich weiß nicht. Anscheinend läuft. Okay, das war das Falsche. So. Ja, bei uns läuft jetzt, ne? Batterien läuft. Elbes Licht. Da steht wieder was an der Wand. Da. Ja, ma, wir sind fertig. Ja, ma, wir sind fertig. Ha, jo, wer schreibt denn diese Aufträge da an die Wand mit Blut? Ja, ich. Was ist denn jetzt Giftgas oder was? Hallo. Hallo. Jawohl. Kann man da auch sterben, oder so? Ja. Weil bis jetzt einfach nur irgendwie so ein bisschen rumlaufen. Video-Kamera. Oh, darum ist es so lang. Dein Auftraggeber. Ja. Folgt dem Pfeil. Ja, Leute, doch das war's wieder für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao.